Hat's nicht geklappt mit dem Reinkommen? Nee, der Jacke geht schon gar nicht. So kommst du da nicht rein, das sag ich dir schon jetzt. Das ist die härteste Tür auf der Welt. Dann ist es auch okay, wenn du mal nicht reinkommst. Moment, was hast du gerade gesagt? Die härteste Tür auf der Welt, glaube ich. Have you been inside? Never. Alle, die nicht reinkommen, denen gebe ich was zu trinken. Ich kann dir sagen, ob du da reinkommst oder nicht. Mit dem Fellkragen wird's schwierig. Warum? Es sieht so verzweifelt aus. Hat's nicht geklappt? Nein. Was ist das Geheimnis? Keiner weiß. Keiner weiß? Keiner weiß. Be quiet. Be very calm. Act like you're German. And if you're Spanish, don't switch away. Wir kommen morgen Mittag wieder. Das macht ja gar nichts. Morgen Mittag? Morgen Mittag. Wir kommen so um 13, 14 Uhr. Das hat doch... Hat das denn Sinn? Das hat mega viel Sinn. Weil da ist die Schlange nur noch halb zu lang. Hast du die Klappen reinkommen? Die sehen mich schon ziemlich frustriert aus. Du hast drei Stunden in so einer Schlange gestanden. Das ist einfach eine Niederlage. Wie kommt man hier rein? Gästeliste. Gästeliste. Hier steht auf der Gästeliste. Wie langweilig ist das denn? Die Schlange ist so 200 Meter, 300 Meter, 500 Meter. Seid nicht traurig, wenn's nicht klappt, Leute. Die Leute jetzt hier, die hier abgewiesen worden sind, die kommen mit solchen Fressen raus. Ich bitte dich, nimm's nicht persönlich. Das Leben geht danach weiter, glaub mir. Es ist nicht vorbei.